Mark Hirschi, lange in der Fluchtgruppe und dann einfach bei Bob Jungels dabei geblieben lange. Wo hast du die Kraft hergenommen? Wir hatten ein ziemlich gutes Tempo in der Spitzengruppe. Wir sind relativ langsam angegangen und sind dann auch relativ früh wieder eingeholt worden. Und dann hatte ich ja Glück, dass Bob gerade nach dem Barwehrsektor nach vorne kam. Ich glaube, es waren fast zehn Kilometer zwischen dem nächsten Heling. Es war für mich gut, dass ich dort ein bisschen so gut es ging oder erholen konnte. Und er muss natürlich voll fahren. Vorne hat er auch ein bisschen eingebüßt mit seiner Explosivität. Und dann war es für mich einfach, wie soll ich sagen, es hat mich auch beflügelt, im Final noch dabei zu sein. Ein bisschen extra Kraft gegeben, sicher. Man hat es gesehen, Nils Pollitt und Jascha Sütterlin kamen von hinten. Beide richtig gute Fahrer und die sind am Anstieg fliegen gegangen und du warst noch länger dabei. Warst du da in so einem Rausch? Du warst vorne mit dabei. Du hast gesehen, ich bin noch jung, aber ich kann ja mitfahren. Kommst du da in sowas rein? Ja, bestimmt. Also ich habe Paterberg, habe ich Glück gehabt, dass der linke Streifen noch offen war. Weil von Bavé habe ich schon noch mehr wie hier, so Quaromont. War zum Glück oben raus, als ich noch ein bisschen Windschatten habe. Da war ich richtig am Limit, um wegzufallen. Und klar, ja, beflügelt einen, wenn man dann im Final noch dabei ist. Und das erste Mal im Virtual-Rennen vorne mitfahren kann, gibt es sicher noch ein bisschen extra Kraft. Und jetzt Skala eins bis zehn, wie tot bist du jetzt? Ein paar neun. Neun, also ich hatte Glück, dass das am Schluss noch flach war. Ich habe mitgearbeitet, aber ich war komplett am Limit. Versuche ich irgendwie noch durchzufahren. Ja, aber jetzt bin ich komplett leer. Du bist ein ganz junger Fahrer, der noch ganz am Anfang steht und vielleicht auch noch nicht so ganz genau weiß, wo es mal hingehen wird. Jetzt fährst du hier beim E3-Preis so mit, die Klassiker. Damit hast du den Stempel, das ist was für dich. Ja, bestimmt die Klassiker. Sicher nicht schlecht für mich. Klar ist es noch etwas anderes, wenn du dann halt im Feld raus vorne mitfahren musst. Weil der Positionskampf und so ist halt beim Klassiker nicht nur Power. Du musst auch ein bisschen Köpfchen haben und dich im Feld bewegen können. Aber es ist jetzt positiv, dass ich da vorne mitfahren kann und werde sicher mitnehmen und mal schauen, wo ich mich hinzuentwickle in der Zukunft. Aber im Feld bewegen, Kurven gut nehmen, Auge haben, das ist ja eigentlich genau deins? Ja, das liegt mir eigentlich. Aber klar, ich muss das immer noch zuerst umsetzen auf Virtual-Niveau. Und als dann die Gruppe von hinten kam mit den Stärksten, was hast du da gemacht? Hast du einfach nur noch geguckt, ich brauche jetzt ein Hinterrad, dass ich irgendwie bis ins Ziel komme? Oder rechnest du dann im Kopf schon noch so ein bisschen, welchen Platz könnte ich hier machen? Eigentlich war es gut, dass Sören lange hinten mit dabei war. So konnte ich mich halt meistens raushalten aus der Führungsarbeit. Und dann bin ich halt einfach draufgelegen hinten, bin Favoritin und habe dann versucht, über den letzten Helling mitzukommen. War dann leider im hinteren Split. Und von da bin ich dann mitgefallen mit den anderen. Einfach das Minimum, was noch ging. Und ja, dann versuchst du möglichst dazu noch einen guten Sprint hinzulegen. Wie viel bist du eigentlich geworden am Ende? Ich glaube 10. Eigentlich war ich am Trend im Hinterrad recht gut dran. Dann habe ich mich nicht gesehen. Und ja, da bin ich ein bisschen eingeblockt geworden in der rechten Seite. Und ja, ging es leider nicht so ganz wie gewünscht. Super starkes Rennen, also Hut ab!